Pokémon weiter und ich möchte heute wirklich endlich mal den ganzen Dicta-Such-Kram schaffen, weil wir machen uns jetzt schon so lange und ich will das heute hinkriegen. Wie viel was hast du? Ja, noch nicht allzu viel, ich habe mein ganzes Rüstungs-Erzell nicht eingelöst. Wo mache ich das nochmal? Wo war denn die Buddelfrau? Da ist ein mir unbekanntes Pokémon hinter dir. Das ist... Fiaco heißt das? Oder bin ich gerade dumm? Ich weiß das gerade selbst nicht. Jedenfalls ein Feuervogel, halt, wäre es gedacht. So, warte mal, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte zu dem Dicta-Typ mal ganz kurz gehen. Wo der Typ? Ja, bei dem muss ich die einlösen, ja stimmt. So, warte mal. 33, okay. 121, es fehlen noch 30, okay, sehr schön. Fiaro ist Ehre. Ja, das ist auch eins der wenigen Pokémon, die du kennst, Benni. Okay, wir haben möchte dem Pokémon einen Namen geben. 100. Robbal. Oh, cool, Robbal, nice. Bei der Wüste. Ach ja, stimmt. Dann kommt eigentlich das Video zum Musik im Videospielen. Das kommt am nächsten Sonntag. Ich. Ja, dann mach wieder Qub, dann mach wieder Robbal. Jetzt schreiben alle ich. Wobei, Emrah, glaube ich, war bisher noch keins benannt, deswegen darf es Emrah machen. Weil Qub hat ja schon mehrmals welche benannten Benni auch. Und Emrah, glaube ich zumindest noch nicht, deswegen darf es Emrah machen. Was? E-P-D-B-K. Einziges Pokémon, das Benni kennt. Warum schreibst du jetzt von dir in der dritten Form vor allem? Ja, in der dritten Person. Jetzt bin ich verwirrt. Da musst du aber auch einen Namen irgendwann schnell schreiben, Emrah. Als ob, äh... Oh, please. Sag einfach irgendeinen Namen. Wenn jetzt nichts kommt, dann darfst du Qub machen. Oder Benni, wer auch immer. Ich warte jetzt. Passt Plubberball rein? Ich kann es versuchen. Äh, 12 Zeichen. Ja, das müsste passen, ja. Das können wir meinetwegen machen. Weil ich nicht weiß, ob ich Robbal Plubberball nennen möchte. Aber egal. Bekommt man auch die anderen Alola-Stötter? Eigentlich. Wenn wir jetzt schon Robbal bekommen haben. Danke für den Follow-Spitz-Spatz. Und guten Tag. So, nö. Wow. Warum bekommt man ein und die andere nicht? Ja, okay. Vielleicht bekommt man die anderen ja dann im, ähm... Im, im, im... Dings. Wie geht's Ihnen? Also mir geht's heute sehr gut. Oh, mir fällt gerade auf. Verdammt. Ich muss noch mal ganz kurz die Aufnahme... Schau mal die Aufnahme wieder an. Hi. Okay, Benni ist da. Gute Aufnahme läuft jetzt wieder. Sehr schön. Also, wo fehlen mir denn noch dick da? Also, im Balsam-Sohn fangen wir... Im Fokus-Furst 2. Am Strand der Prüfung fehlen noch 6. In der Ringbucht sind 4. Fleiß-Ebene fehlen im Fitness-Meer 5. Oh Gott. Das kann ich mir niemals alles merken. Äh, wo fangen wir jetzt an? Wo fangen wir jetzt an? Ich würde sagen, wir machen hier Fokus-Furst erst mal. Da weiß ich nämlich gar nicht, wo der auch ist. Okay, Fokus-Furst. Der war hier irgendwo. Dann radeln wir mal da ganz schnell hin. Warum bist du eigentlich noch da, Benni? Ich dachte, du wirst telefonieren. Oder... Oder war das so kurz, bis es möglich ist? Oder... Will die jetzt doch nicht telefonieren? Oder... Warum bist du noch da? Ich meine nicht, dass es mich stört. Ich wollte es nur wissen. Ich bin interessiert. Ich wollte jetzt eigentlich nicht in das FIA reinradeln. Das war aus Versehen. Nein, ich kämpfe für Fliegen. So... Äh... Aber da kommt noch eins auf mich zu. Ich bin nur im Füttern nach acht, wäre ich. Ach so, okay. Alles klar, gut. Gut zu wissen. Dann bin ich dich endlich los. Nein, Spaß. Alles nur ein Witz. So, Moment. Ähm... War nicht hier hinten? Danke schön für den Host, Emre. Äh... Haben wir hier in der Höhle schon alles gehabt? Bin mir gerade gar nicht sicher. Welche Höhle war das nochmal? Äh... Die Kämpferkrotze. Hatten wir ja alles? Bisschen Handy laden lassen. Dies, das. Ach so. Ja, ich bin nun auch nur hier fürs Alibi. Weiß gerade, wer wir in der Kämpferkrotze alle Diktas hatten. Habt ihr euch das gemerkt zufälligerweise? Ich hatte mich nicht gemerkt. Dummerweise. Ich weiß noch, auf der Fleiß-Ebene haben noch welche gefehlt und im Fokus-Forst. Und im Wabenmeer. Mehr weiß ich nicht mehr. Welcome back. Ja, willkommen zurück an alle, die gerade wiederkommen. Ich muss das nur ganz kurz umstellen, weil ansonsten ist die Aufnahme für YouTube halt ein bisschen... ähm, von den Einstellungen her doof. Und deswegen musste ich das kurz alles umstellen. Ich meine, der ist jetzt auch noch nicht schlimm, den Streamer ganz kurz neu zu starten. So, jetzt hier im Fokus-Forst fehlen noch zwei, wenn es mich nicht täuscht. Gen-7 waren ein nice Rivalen und Thali. Auf den Punkt gehe ich sogar in meinem Video auch teilweise drauf ein. Ich würde da schon rumschneiden immer, weil das ist halt zum Zuschauen mega nervig und unnötig. Transparenz ist alles. Allgemein bin ich so ein Mensch... Ja, äh, auch Transparenz ist alles. Auch in Bezug darauf, wie du dein Let's Play gestaltest. Weil ich finde, wenn du googelst und das irgendwie im Geheimen machst oder so, dann, ähm, finde ich, solltest du das auch deinen Zuschauern sagen. Weil das ist halt sonst irgendwo... Lügst du die irgendwo, wenn du halt sagst, ähm... Ja, ich hab das selbst rausgefunden. Finde ich halt dumm. Wenn ich irgendwas coole, dann sag ich das auch. Äh, Google ist da manchmal ein Go. Manchmal. Wenn ich LPs machen würde, würde ich die Ankert-Persion auf einem Anwanderstelle hochladen. Ähm, ich weiß nicht. Also, vielleicht. Es ist tatsächlich eigentlich ein gutes... Äh, eine gute Idee. Ich weiß noch, ähm... Kennt ihr den YouTuber Kegi? Der hatte damals mal mit ein paar anderen Leuten einen Let's Play-Kanal, Spiraz-In, wo er Rollenspiel-Let's Played hat. Was ist jetzt los? Oh. Alles klar. Und jedenfalls hat er da im Finale von Tales of Berseria, äh, es so gemacht, dass er den letzten Dungeon zum Großteil rausgeschnitten hat, weil er halt mega langweilig designt war und in der Beschreibung dann eine Ankert-Version verlinkt hat, wo man sich das angucken konnte, äh, wenn man Bock hat. Ja, Kegi ist auch so, als Player, den allgemeinen YouTuber, den sollte man kennen. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist, Emre. Ich weiß es halt nicht, aber ich habe sehr viel Watt bekommen gerade. Das ist nett. Und die Watt brauche ich gerade auch. Also der Typ, er gräbt halt für mich gerade Watt aus. Okay, das gleiche passiert noch mal, alles klar, nice. Das ist auch schön. Das finde ich gerade geil, weil die ganze Watt kann ich gut gebrauchen, ehrlich gesagt. Ja, es geht aber nicht mal, ich merke es. Aber halt wieder richtig schön mit so einem Blackscreen auf jeden Fall. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo ich noch dick da sein soll. Ich wiederhole mich, ich finde da einfach nichts. Ich dachte gerade, das sei die Outdoor-Musik von Scotts. Hä? Was hast du den Kacke? Hä, Emre, bist du kaputt? Wo hast du gerade die Outdoor-Musik von Scotts gehört? Ach, ihr könnt es ja eh alles sehen. Meine Abos sind öffentlich. Ja. Also, ich mag es nicht, die Abos öffentlich zu stellen, ehrlich gesagt. Die Abos habe ich immer privat gehabt. Bin bei mir kein Spiel angezeigt. Äh, also, Benni hat das eigentlich vorhin eingestellt. Warte mal. Ich habe gerade bei mir am Dashboard auch kein Spiel. Warte mal, Stream-Info bearbeiten. Ja, ja, hat das Spiel irgendwie nicht übernommen, scheinbar. Cool. Äh, Pokémon Sorten Shields. Fertig. Jetzt müsste es angezeigt werden, oder? Ich hoffe doch mal. Wie kamen sie auf ihren Namen? Äh, das ist eine Geschichte, die ich schon gefühlt 100 Mal erzählt habe und die jetzt wirklich nicht spannend ist eigentlich. Aber ich glaube, die meisten hier kennen die jetzt tatsächlich noch gar nicht, oder? Viele verbinden das halt auch. Werder ist auch oft Stream vermutlich. Ja, aber das Ding ist, bei mir, Minecraft Stream ist halt nicht so gut möglich mit meinem Internet. Deswegen. Das ist so das Problem, was ich habe. Aber ja, wie ich auf meinen Namen kam, ist eine ganz... Oh. Nett. Ist eine ganz einfache Geschichte. Ich habe damals, äh, einen anderen Account gehabt, der den standardigsten Standardnamen ever hatte. Und zwar hieß mein alter Account, ähm, du musst dich sonst lieber nicht siezen. Das dachte ich mir auch. Ich habe halt gedacht, das ist eventuell bloß ein Witz, dass ihr mich immer siezt, aber, äh, wenn die Person das ernst meint, muss man nicht machen. Problem ist halt, wenn man nicht von Anfang an dabei ist, ist es eher schwierig. Okay, man sollte dir alles in Ruhe zeigen. Aber hier hast du ja. Ja, wahrscheinlich. Ähm, oh toll. Oh, toll. Uff. Marvin kam nicht auf seinen Namen. Sein Name kam auf ihn. Ja, glaube ich auch. Ich mache das aus Höflichkeit. Also, ich finde es jetzt nicht unbedingt höflich, wenn du mich hier in einem Livestream siehst, sage ich mal. Es ist jetzt nicht böse gemeint, aber wir sind hier in einer relativ nahe Community, sage ich mal. Wir haben, wir, wir stehen alle irgendwo nahe zusammen. Und deswegen finde ich es eher weird, wenn du mich siehst, ehrlich gesagt. Und nicht höflich. Du kannst dich gerne weiter siezen, aber irgendwie ist das komisch. Es wird halt viel gebaut und das kann eigentlich etwas überfordern am Anfang, was Phil damals auch meinte. Okay. Aber ja, ich wollte es mit meinem Namen erzählen. Also damals, ganz früher, hieß mein Kanal noch anders. Und zwar hatte ich einen der langweiligsten Namen ever. Ich hieß einfach nur Nintendo Player. Was dann irgendwann auch gar nicht mehr zu meinem Content gepasst hat, weil ich gar nicht mehr so viel Nintendo Kram zu einem gemacht habe. Und zum anderen war das einfach ein furchtbarer Name. Und deswegen, äh, wollte ich den irgendwann verändern. Ich kann dich auch duzen. Ja, wie gesagt, mach wie du denkst, aber mir wär's, wenn du mich duzen würdest. Äh, deswegen wollte ich den Namen irgendwann verändern. Und, ähm, ja. Dann kam ich auf Vero. Ich hab halt voll lange überlegt. Hab auch auf Twitter zum Beispiel voll oft irgendwie gefragt, ob irgendwer einen Namen hat. Hab auch mega viele Umfragen gemacht. Was eigentlich voll dumm war, weil es ja ein Name ist, der mein Account repräsentiert. Nicht den Account der Leute, aber egal. Und irgendwann kam mir halt die Idee, ich hab damals Folge an Digimon geschaut. Und hab deswegen das Digimon Wemon genommen. Hab die erste Silbe W genommen. Und hab irgendeine Random Silbe das Ro hinten dran gehangen. Tada, Vero, fertig. Das war die Geschichte, wie wird mir ein Name entstanden? Mkw natürlich. Auf was ist das heißt bezogen? Ich hab auch einen konkreiften Namen. Ja, das ist irgendwo wahr, aber ganz ehrlich, dich verbinde ich als mit deinem Namen irgendwo. Wenn du dich jetzt anders nennen würdest, wäre das irgendwo ein bisschen seltsam ehrlich gesagt. So ein Wohl zum Teufel ist dieses letzte D-Dichter jetzt. Ich finde es einfach nicht. Ah, da, oh mein Gott. Endlich. So, Fleiß-Ebener, jetzt fertig. Sehr schön. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, wo noch welche fehlen. Ah, guck mal. Hier sind random ein paar Dichter. Sind das auch die richtigen? Alles klar, man kennt. Aber das ist das Fernarchipel. Das heißt, das zählt nicht mehr zum Waben mehr dazu. 350k, warte, wie viel brauchst du denn noch? Äh, ich hab schon genug, glaube ich. Also, durch den Budde-Bruder vorhin hab ich genug bekommen. Zumindest glaube ich das. Ich hoffe es auch irgendwo. Also, nicht für die ganzen Belohnungen, aber halt für den, äh, für die, die es bei einer Million gibt, meine ich. Kommt der Baum im Video vor? Ja, kommt der. Also, jetzt nicht direkt. Also, ich, ich hab halt nur die Grafik angesprochen, aber nicht direkt den Baum. Also, indirekt kommt der vor. Aber nicht direkt. Aber ich kann ihn gerne noch im Nachhinein einbauen, wenn du möchtest, weil ich das Video ja eh nochmal überarbeiten muss. Wegen dem Renderfehler. Davon ist auf jeden Fall was. Da wird's wohl sein, oder? Also, hier ist eine Einbruch, aber da ist nichts. Ist das hier? Was wird die von mir? Dankeschön dafür. Ja, meinetwegen. Mach. Und bekomme ich was? Oh nein. Weil da ein Pokémon Streams jetzt nicht, weil ich ja nichts Ahnung hab von Pokémon. Ah, okay. Ja, aber trotzdem erkennt man ja manchmal so goldene Stellen. Oh ja, goldene vor allem. So klitzende Stellen am Boden. What the fuck geht mit ihr jetzt ab? Nein, sollst du nicht? Ich will die drei Brocken haben. Dankeschön. Vor allem aber, warum bekommt man denn die Brocken nicht, wenn die ihre Schaufel kaputt macht? Das ist auch irgendwie dumm. So, warte mal. Das ist jetzt hier Nummer eins. Okay, das ist da. Und wo ist das jetzt hier? Ich erkenne es halt wirklich auf dem Bild nicht. Es ist auch irgendeins am Festland, aber... Oh! Okay, alles klar. Was für dazu? Wir haben alle. Sehr schön. Also hier sollen noch... vier sein. Weil, aber hier kommt man auch gar nicht mal rein in den Turm. Der gibt mir keinen Zutritt. Wollte ich nur mal zeigen, dass es echt so ist, dann echt in der reinkommt. Und hässliche Pokémon will ich irgendwie aus Prinzip nicht ins Team aufnehmen, ehrlich gesagt. Das sind noch fünf dick. Da ist noch eins. Das habe ich ja gesehen. Da ist noch eins. Die kann man hier halt besser erkennen, weil nicht überall irgendwelche dämlichen Pflanzen am Boden sind. Und deswegen habe ich am Anfang so im Stream ein bisschen die Panik, dass OBS plötzlich mein Mikro auch nicht mehr erkennt. Und hier mich... Da ist noch eins. Und hier mich gar nicht mehr hört, obwohl ich was sage. Deswegen habe ich auch eigentlich immer hier so meinen Blick auf mein Mikrofonpegel. Ob man den hören kann. Äh, äh, hören kann vor allem. Ob der halt ausschlägt, meine ich. Das müsste ich auch haben. Das war nämlich hier... Oder? LOL! Ey, ich bin hier 30.000 Mal lang gefahren und habe das nicht gesehen! Mann! Warte mal, wo ist denn die Stelle? Was? Ich habe halt literally einfach nur random A gedrückt gerade. Als ob da eins war. Ich habe literally gerade random A gedrückt. Der Story Schreiber von Swansheet. Ja, halt echt! So ist die Story entstanden. Da habe ich, by the way, in meinem Video auch so viel zu zu sagen. Das ist eines der Hauptthemen in meinem Video. Aber wenn ich das an Pokémon am meisten ankotze, dass die Story so dumm ist. Ich will es noch nicht zu viel aus dem Video vorwegnehmen. Aber mein größtes Problem mit Pokémon ist einfach, dass ich finde, dass Pokémon eine mega spannende Spielwelt prinzipiell hat. Also, man hat was mega spannendes draus machen könnte. Aber es Game Freak einfach nicht macht. Die Story ist meistens mega lahm. Die ganzen legendären Pokémon haben meistens keine interessante Backstory. Da ist das coolste halt wirklich das Trio aus Diamanten, Perl und so. Und da könnte man so viel mehr machen. Aber machen sie einfach nicht. Es ist so viel verschenktes Potenzial. Und das beweist halt die Sorten Shield Story nochmal so gut. Sie haben versucht, irgendwie sexy an Samba Center eine Backstory zu geben. Halt mit ihrem Trainer und irgendeinem Helden, der damals Gala gerettet haben soll. Und es ist ja auch alles ganz nett, sag ich mal. Aber da hätte man so viel mehr draus machen können. Es ist so billig und schlecht geschrieben. Da hätte man viel mehr draus machen können. Das ist so eins von der Hauptprobleme, die ich mit dem Spiel in seiner Story habe. Das stört mich. Aber okay, genug darüber beschwert. Das muss ich mal kurz erwähnen. Wer genaueres dazu wissen möchte, kann sich gerne mein Video morgen angucken. Dankeschön. Erstmal Fettwerbung machen. Und ja, das waren noch Zeiten. Da habe ich im Photoshop irgendwelche Standardtexturen genommen und die über die ganzen Objekte gezogen. Und ja, das habe ich dann Täter Pack genannt. Das war richtig dumm und hässlich, aber ich fand es irgendwie cool. Ach ja, ich bin jetzt auch irgendwie inzwischen wieder so ein bisschen aus meiner Minecraft-Phase raus, muss ich sagen. Also, ich mache jetzt zwar immer noch gerne in unserem Projekt mit auf Twitch jetzt hier, aber irgendwie Privatspiel ist es auch gar nicht mehr, muss ich sagen. Ja, Benni meinte, dass es da jetzt irgendwie neue Optionen gibt, aber vielleicht waren die neuen Optionen auch schon in der 1.15 oder so vorhanden. Und er hat es nur nicht gewusst oder so, keine Ahnung. Pokémon ist auch so ein Spiel mit Phasen bei mir. Äh, ja, das kann ich bestätigen. Also, Pokémon ist allgemein ein Spiel mit Phasen bei mir. Ich habe damals mit sieben oder so zum ersten Mal Pokémon Diamant gespielt und war halt mega beeindruckt, wie krass das Spiel ist und habe das einfach voll geliebt, die ganzen Pokémon zusammen in die Welt zu erkunden. Da gehe ich morgen in meinem Video bei der Werbung noch mal drauf ein. Werbung, Werbung. Und, ähm, dann kam, äh, dachte du meinst jetzt sowas, wie dass derselbe Seed 916 oder gar nicht anders ist als 915. Nee, nee, sowas meinte ich nicht. Ja, und dann kam irgendwann ein Pokémon schwarz und weiß raus und ich war als Kind von den Spielen irgendwie enttäuscht. Also, ich fand sie irgendwo auch cool, weil es halt auch mehr krassen neue Sachen gab, wie zum Beispiel die, ähm, Jahreszeiten, dass du jetzt einfach quasi sagen kannst, ja, ich spiele das Spiel jetzt im Winter oder im Frühling oder so. Das war schon cool. Und dass die Jahreszeiten auch wirklich den Effekt hatten auf das Aussehen der ganzen Maps und so, das war schon nice. Aber... Ansonsten war ich damals voll enttäuscht. Ich, 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 ich mochte die neuen Pokémon nicht so sehr, muss ich sagen. Vielleicht war ich einfach als Kind an die alten gewohnt. Inzwischen finde ich die aus Gen 5 die meisten ganz okay, aber jetzt auch nicht so überragend, ehrlich gesagt. Ja, und dann kam mal ein schwarzem weiß zwei raus. Damit hatte ich damals wieder ein bisschen mehr Spaß, aber auch nicht so sehr. Ich weiß auch, ich hab's damals nie durchgespielt. Ich kenne das Ende vom Spiel, weil ich als ich jetzt Play geschaut habe, aber selbst durchgespielt habe ich es irgendwie nie, weil ich damals nicht die Motivation dazu hatte, weil ich da vor der Pokémon-Phase raus war. Dann kam Pokémon X und Y raus. Genau dasselbe habe ich auch irgendwie bis zur Hälfte durchgespielt. War ich auch mega enttäuscht von irgendwie, ehrlich gesagt. Äh, was? Ja, also damals mochte ich schwarzem weiß zwei nicht. Wo das nachmache ich. Habe ich ja auch im Screening next vor, irgendwann mal die ganzen Pokémon-Spiele. Aber nicht jetzt sofort danach, wie gesagt. Aber gleich dazu mehr. Jedenfalls XY war ich damals halt auch mega enttäuscht von. Und ich hab's dann irgendwann weitergespielt und fand's dann okay. Aber die meiste Zeit war ich eher enttäuscht davon, ehrlich gesagt. Ja, und dann, äh, kam Pokémon X und Y und Mond raus. Und dadurch haben wir da exakt das Gleiche, dass ich auch erst enttäuscht davon war, als es rauskam, weil der Beginn des Spiels, halt wirklich richtig, richtig furchtbar und schlecht ist. So langsam, du so ewig brauchst, bis irgendwas mal passiert und du irgendwas machen kannst. Und dann habe ich's nach ein paar Monaten nochmal angefangen und hatte mega viel Spaß mit Sonnen und Mond, muss ich sagen. Und deswegen ist das bis heute auch mein zweitliebstes Pokémon-Spiel. Und da wird sich, glaube ich, auch allzu schnell nichts mehr dran ändern. Und ja, und Swartens Shield, muss ich sagen, hatte ich auch relativ viel Spaß mit irgendwo. Aber ich erkenne halt an, dass das Spiel seine Fehler hat, seine vielen Fehler hat. Aber als ich es gespielt habe, hatte ich halbwegs meinen Spaß, dabei muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da spielt schon einige Fehler und einige Sachen, die, ja, halt echt nicht so geil gelöst sind. Und wo man einfach merkt, wie Game Freak einfach nur schlechte Arbeit gemacht hat und geschlampt hat und so. Also Pokémon-Schwerten-Schild hatten das Potenzial, die besten Pokémon-Spiele zu werben. Aber sie haben es halt komplett verkackt, finde ich. Also man hätte so viel mehr mitmachen können. Ich hatte sogar mal die Idee, dass ich das Spiel irgendwie im RPG-Maker nachbaue und verändere, was ich dann auch verändern würde. Aber das habe ich relativ schnell sein gelassen, weil ich da irgendwie zeitlich überhaupt keine Zeit zu hatte. Aber ich würde so viel in einer Story umschreiben. Weil prinzipiell muss man sagen, dass die Story eigentlich gar nicht mal so scheiße ist. So, aber sie ist einfach nur mega dumm präsentiert und auch irgendwie mega langweilig präsentiert, finde ich. Es hat voll coole Pokémon, die einge... äh, also die mir noch empfangen kamen. Äh, optisch ist das Spiel für den DS so, so, so wunderschön. Die Musik ist nice, die Story ist auch halbwegs cool von dem, was ich noch weiß. Ähm... Ja, es gibt mega viel Inhalt. Ich sag mal, dieses eine riesige Arian-Leiter-Turnier und so ein Kram, den es da gibt. Und die ganzen neuen Gebiete im Vergleich zu, ähm... im Vergleich zu Schwarz und Weiß 1. Aber ich weiß nicht. Ich würde es jetzt komisch finden, einfach damit anzufangen, ohne Schwarz und Weiß 1 gespielt zu haben. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt halt auch nicht direkt... Na, guck mal, da ist das Diktar, was ihm noch fehlt. Ich möchte jetzt nicht direkt das nächste Pokémon-Projekt bringen nach dem hier, weil ich halt auch jetzt so ein bisschen wieder vom Pokémon übersättigt bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Wieso brüllt ihr so? Gute Frage. Ähm... Weil Tube möchte, dass ich Pokémon Schwarz und Weiß 2 nachhole. So, jetzt fehlen noch 2 Diktar. Und die sind jetzt hier in diesem fucking Focus-Forst. Werden wir die finden? Ich suche jetzt auf... äh... auf... auf... auf der Seite hier. Irgendwann. Oh, hier ist eins. Nett. Hier ist genau, Pokémon Ranger. Oh, man. Auch Pokémon Ranger ist auch cool. Zumindest wie es Änderungen habe. Ich habe es eh wichtig mehr gespielt, aber... Ah! Nice! Ja, man! Ja, endlich! Endlich! Wir haben es geschafft! Oh, man. Aber ja, zumindest Pokémon Ranger von dem, was ich in Änderungen habe, war auch ein cooles Spiel. Ich habe es das letzte Mal mit zehn Jahren oder so gespielt, aber... Das war auch ein cooles Spiel. Ja, ich hoffe auch, dass die Serie zurückkommt, Cube. Das wäre echt nice. Mal sehen, wie viel Diktar macht das? Was? Alle Runden, wie viel Diktar sind wirklich wieder versammelt? Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Ey, die sind alle meine kleinen Freunde. Zurück. Warte mal ganz kurz. Ich muss ganz kurz was nachschauen. Äh... Aha, Moment. So, ich muss kurz was einstellen. Ich hätte... Sollte sowas heißen wie ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass du uns alle heil nach Hause gebracht hast. Da, 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 da. Jetzt noch mal langsam. Wenn ich dich besser wüsste, würde ich denken, dass du dich ihm am liebsten anschließen würdest. Ernsthaft? Die hast du hier bekommen? Wow, okay. Das war auch irgendwo klar, dass das passiert, aber... Das ist... Egal. Gut, dann bekommen wir jetzt ein Alula-Dicta. Ihr könnt ihn gerne einen Namen geben, aber bitte keine pubertierenden Namen. Der, der was schreibt, darf einen Namen geben. Oh, man. Aber Bodenstar ist eine coole Kombi. Ich. Dann mach Cube, aber wie hier irgendwas Dummes kommt jetzt. Dann wirst du für immer gebannt. Nein, Spaß. Digi da. Ach, man. Ja, was, was, was ist denn jetzt Cube? Grabdurz. Wow. Das ist halt die Übersetzung von... Äh, Übersetzung, genau. Von Digi da. Also, ja, vor allem... Nee, Quatsch. Äh, vergesst es. Da ist ein deutsches Wort, kein englisches. Danke, Latenz. Dann lade ich ins Streamer an eure Homepage. Vielleicht ist da irgendwie bei dir... Hing sie hinterher oder so. Keine Ahnung. Okay. Dann. Machen wir jetzt... Das Digi da... Habe ich sogar... Perfekte IVs. Keine Ahnung, was das ist. Also, ich... Ich kenne mich mit E-Faus, I-Faus, D-Faus, Mäh-Faus, Bumm-Faus, was auch immer, überhaupt nicht aus. Brauchst du mir nicht irgendwie jetzt zu versuchen zu erklären? Ich habe da absolut keine Ahnung von. So. Und jetzt machen wir die letzte Sache, die wir dann machen können. Und zwar... Äh... Halben wir unsere Pokémon und dann geben wir die letzten Watt ab. Das ist zumindest mein Plan. Hallöchen. Wir möchten Watt geben. Und zwar... Alles, was ich habe. So. Ja, möchte ich. Sehr schön. Ich muss mal ganz kurz gucken in die Nachricht, die Cube damals geschrieben habe, ob ich noch irgendwie... Ah, genau! Eine Sache habe ich noch vergessen, die wir noch machen müssen. Okay. Das ist die besten Sets kriegt, oder? Gut, das ist jetzt... Okay, alles klar. Gut. So, ein Design-Entwerf. Alles klar. Bla, 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 bla. Schameur. Dankeschön für die Liederkarte. Okay. Welche denn? Äh, den Typen am Bahnhof. Den habe ich sogar auf Screen selbst mal gefunden. Mit dem muss ich noch mal reden. So. Die Stärkste an der Vorkommand anzutreten. Okay, was kommt jetzt? Äh, er ist erkenntlich. Echt schade. Ich will den Champs an der Region nachfragen lassen. Wie geil wäre das denn, wenn du einfach gegen alle Champs antreten könntest? Das wäre mal ein geiles Feature-Game-Freak. Mann! Ja. Okay, machen wir. Ich möchte kämpfen, bitte, liebe Inia. Ja, es ist nämlich sie selbst. Spoiler, Spoiler. Ich weiß leider nicht, was er für Pokémon hat. Echt, so für dich habe ich einen starken Trainer her bestellt, Marvin. Und zwar jemand anderen als... Tokio! Wer ist das denn? Ja, nur. Hä? Hm, du bist doch... Ja, erinnert sich an mich. Wir haben uns getroffen, als du auf der Insel angekommen bist. Ich kann nicht fassen, dass du wirklich an meiner Stelle ins Master-Dojo eingetreten bist. Dafür bin ich dir echt dankbar. Dadurch hatte ich nämlich die Gelegenheit, in ein noch verbesseres Dojo einzutreten. Was? Und zwar das Disaster-Dojo. Alles klar. Ich bin als stärkster Repräsentant des Disaster-Dojos gekommen. Das ist basically dasselbe wie in Oras. Die Bauarbeiten für das Kampf-Zone-Projekt hat angefangen. Das ist halt auch so dumm. Vor allem im Pokémon Saphir gab es ja auch eine Kampf-Zone. Warum also nicht in Oras? Und gehen wir natürlich erst wieder, wenn ich als... Wenn ich als Wappen eures Michiken-Mach-Dojos an mich gerissen habe. Oh je. Erkennt du diesen jungen Mann, Marvin? Der wirkt aber sehr unfreundlich. Du musst bei der Auswahl deiner Freunde vorsichtiger sein. Der ist nicht mein Freund. Schusslöge, Blubber. Bring mir einfach den stärksten Kämpfer aus diesem Dojo. Und zwar zackig. Eigentlich habe ich Besseres zu tun. Marvin, entschuldige mich im Moment, ja? Was soll das werden? Mach dich mal rar. Stirnfriede wie du sind ja nicht willkommen. Was? Hey, warte mal. Aufhören. What the fuck? Ich bin der stärkste Kämpfer des Disaster-Dojos. Und trotzdem habe ich keine Chance. Was geht denn mit der? Habt ihr es viel zu heftig? Blackscreen. Ja, man hätte sehen müssen, wie sie verprügelt. Hey, Junge. Was? Du beherrschst auch nicht mal die Grundlagen für tiefe Attacken. Willst du nicht bei uns im Master-Dojo noch einmal von vorne oder in Training beginnen? Ich habe mir echt viel Zeit nehmen, um mir die Grundlagen einzuhämmern. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich ein bisschen Angst vor ihr, ehrlich gesagt. Ja, ich bin aus der Diése. Das ist völlig verrückt. Ich bin einfach unverbesserlich. Jetzt habe ich schon wieder einen potenziellen neuen Spieler, der so viel Angst eingejagt, dass er abgehauen ist. What the fuck? Außerdem wollte ich dich überraschen Aber das kann ich jetzt wohl auch vergessen Naja egal Du kannst es dir vermutlich schon denken Aber Ich bin die Kämpferin Der starke Trainer gegen die du antreten wirst Bin in Wahrheit ich Also mal bist du bereit? Natürlich Das war ein großer Spaß Das normale Trainer für das Team Lahm Hausherrin Enia Okay ach du scheiße Das fängt euch schon mal schön an Das fängt ja schön an Ja wie willst du kämpfen Ohne uns weh zu tun Okay Okay nice Ich hab Angst davor gehabt Weil das Fia saufide KP eigentlich Aber okay Wir haben es nice Weg geht es Und bekommen dafür saufide IP Auch groß Ja das ist ja schön Das ist Feeflug oder Oder Psycho oder Nee Ich hab Psychoflug oder Ich hoffe einfach mal Ich hab grad keine Ahnung Ja okay alles klar Es müsste auf jeden Fall Sein Keine Ahnung welchen Zweifel Aber ich glaube Ja okay Also bisher Erkenne ich nicht Warum die so stark sein soll Da war Master Stärker Wenn man sie einmal besiegt hat Und dann am nächsten Tag Remage hat die stärkere Viecher Jetzt ist sie Underleveled Oh Okay Ja aber das werde ich wohl Nicht machen Glaube ich Flampivian Das wird wohl die Galaform sein Oder Ich mag das Normaler Trainer Bei der Team By the way Sehr gerne Das haben wir hier im Stream Eigentlich kaum gehört Muss man sagen Also vielleicht Mach ich erstmal Irgendwie Ein Bonus Video Vielleicht Wenn ich mal Okay Vielleicht wenn ich mal Irgendwann komplette Langeweile Haben sollte Werde ich mir vielleicht Mal doch die ganzen Oh Amphira Das ist interessant Werde ich vielleicht Doch mal die ganzen Ähm Was Zusammenfarmen Die ich Brauche Für Ähm Für Für die Letzte Belohnung Von ihr Wo hast du nicht Als bekommt man Geschenk Im DLC Du kannst auswählen Zwischen Bisasam Oder Turtog Das Kluat Das Ich kann nicht reden Kluat Kann man dann bekommen Wenn man Oh Und cool Wenn man nach Der Liga In Delhi Ins Haus geht Dann liegt derzeit Darum Als Pokoball Oder Ich glaube es Irgendwie so war Und im DLC Kannst du halt Zwischen Bisasam Und Turtog Ähm Vor allem Schicki Entscheiden Das beste Battle Team Ist aber Das Vom Battle Tower Vom focus Ja Ist ja Von Toy Fox Kompliziert Wurden Deswegen Ist es kein Wunder Das bin ich Vergiftet Das ist uncool Kala Klar Oh Gott Das war Welchen Typ Hatte das Keine Ahnung Mehr Keine Ahnung Gerade Das Weiterentwicklung Von Dings Ist Weil ich Auf jeden Fall Psycho Sagen Aber Was Ist mal Kampf Oder So Nee Oder Ich weiß Es Nicht Doch Ich Mal Schon Ach Ja Oh Nein Hör auf Damit Das ist Keine Gute Idee Aber Wir sind Echt Cooler Foco Muss ich Sagen Was Gefällt Mir Aber Ja Vielleicht Wie Magics Irgendwann Mal Wenn Ich Kann Sein Dass Das Flurag Von Delia Mit meinem Dojo Commander Worn Weil Er Es Gepickt Hat Das Dojo Jetzt Nur Noch Wieder Sam Schicky Hatte Wahrscheinlich Das Ist Auch Eine Theorie Die Ich Oft Mal Irgendwo Gelesen Nett Die Theorie Habe Ich Schon Oftmals Gelesen Online Irgendwo Haben Viele Fans Die Theorie Und Ich Glaub Auch Daran Hör Weil Es Würde Sinn Machen Das Würde Erklären Warum Sich Delia Und Lurax So Gut Verstehen Das Würde Auch Dazu Passen Weil Delia Selbst Hier Im Dojo War Und Alles Deswegen Glaube Ich Schon Kann Nicht Gesagt Aber Es Ist Aber Auch Irgendwo Wird Weil Ob Der Maastricht Über Die Jahre Sich Kein Neues Gefangen Hat Oder Allgemein Neue Pokémon Geholt Hat Die Er Seinen Schülern Schenken Kann Bei Delia War Schon Vor Vielen Jahren Hier Wahrscheinlich Irgendwann Und Trotzdem Musste Ja Aus Den Geschenkt Haben Oder Hat Seitdem Delia Das Geschafft Hat Niemand Mehr Die Ausbildung Geschafft Oder Was Das Feetet Irgendwie Creepy Aus In der Dynamics Form Aber Okay Verbrennen Wir Oha Sogar Kein One Hits Im Dojo Gibt Es Auch So Drei Betten Für Pokémon Rot Hat Ein Klaus Und Grün Und Das Rote War Fung Ist Für Plamanda Ja Das Wäre Möglich Was Was Für Eine Attacke Ist Aufgepasst War Das Gift Mäßiges Ich hab Jetzt Gerade In Check Geschaut Deswegen Habe Ich Gesehen Was Es War Aber Es War Irgendwie Gift Mäßig Aus Und Tschüss Ja Wie Wie Ich Vielleicht Mache Ich Irgendwann Mal Ein Bonus Video Wo Ich Sie Menschen Aber Das Würde Ich Ja Nicht Im Stream Machen Sondern Bloß Off Screen Für Mich Alleine Also Als Video Wie gesagt Aber Hier Im Stream Wäre Das Dumm So Für Einen Stream Noch Irgendwie Gehen Zu Kämpfen Glückwunsch Lieber Das Ah Das Gibt's Einfach Nicht Verflixt Nochmal Aber Jetzt Bin Ich Noch Ganz Aufgeregt Von So Kampf Es War Absolut Vergnügen Eigentlich Nehme Ich Es Schlecke Mäßig Auch Locker Mit Liebling Auf Ja Du Wirst Unseren Schülern Und Mein Liebling Bestimmt Eine Inspiration Sein Es Ist Mir Ein Bisschen Peinlich Und Klingt Vielleicht Etwas Förmlich Aber Hier Masadojo Wirst Teil unserer Familie Bitte Kümmer Dich Auch Gut Um Die Anderen Und Glaub Bloß Nicht Dass Ich Dich Mit Diesem Sieg Davon Kommen Lasse Komm Wieder Wenn Lust Auf Ein Richtig Wassigen Kampf Hast Mache Ich Man Kann Glaub Ich Einmal Pro Tag Gegen Sie Kämpfen So Was Ich Jetzt Noch Machen Kann Ist Wie gesagt Kurz Am Bahnhof Gehen Da Mir Den Den Kram Holen Den Der Typ Verkauft Das Ist Glaub Ich Irgendein Mode Artikel Und Danach Bin Ich Auf Dem Stream Vorbei Aber Ich Will Noch Die Liga Krater Von Enyan Gucken Stimmt Mache Ich Gleich Noch Hier Bekommen Haben Und Ich Möchte Noch Die Selten Krater Zeigen Die Kann Ich Zwar Nicht Bekommen Solange Ich Die ganzen Watt Abgebe Aber Ich Möchte Die Zwar Kurz Zeigen Einblenden Ich Wer Unter Modo Designer Kommst Du Aus Gada Zum Ersten Mal In Region Etwas Überrascht Wie Wenig Menschen Man Hier Trifft Die Rüstungsinsel Was Würde Ich Etwa Ausgestiegen Danke Dass Du Mich Darüber Im Kenntnis Setzt Hast Ich Egal Als Festland Zu Erreichen Wenn Da Nur Jemand Als Unfassbar Süße Outfit Kaufen Würde Das Ich Entworfen Habe Naja Mache Ich Kaufe Es Dir Ab So Dankeschön Was Teesche Kapuzen Erkohlen Strumpfhose Sportkappe Zeig mal her Wie das Aussieht Kann Ich Ändern Also Wo Ich An Das Dings Gehen Stimmt In Die Unkleide Kabine Also Leute Macht Schon Mal Smash Bereit Hier Werden Noch Ein Paar Runden Smashing Gegen Stream Ende Jetzt Nicht Allzu Lange Aber Ein Paar Runden Will Ich Noch Spielen Auf Jeden Fall Habe Ich Kein Bock Darauf So Outfit Ändern So Welches Ist Das Ach Hier Das Wahrscheinlich Ah Okay Das Das Habe Ich Schon Mal In Raid Gesehen Warte Das Habe Ich Schon Mal Raid Gesehen Den Kram Er Ist So Hässlich Einfach Finde Ich So Ohne Mist Das Ist Irgendwie Mega Hässlich Äh Ja Keine Ahnung Gefällt Mir Halt Nicht Aber Irgendwas Vergessen Kann Das Sein Oder Gibt Es Nichts Dafür Also Wie Zieh Ich Hier Mal Aus Gar Nicht Scheinbar Mach Das Sephora Schad Da Wunderschön Ach Hier Ist Abgelegen Auf X Ach Die Hose Kann man Logisch Weiß Nicht Abgelegen Ich Idiot Ja Was Auch Immer Gut Dann Würde Ich Sagen Zeige Ich Jetzt Noch Ganz Kurz Nein Ich Will Ich Will Das Verhalten Hier Dann Zeige Ich Euch Noch Ganz Kurz Die Karte Von Enia Ich Hab Die Mir Irgendwann Als Bild Runter Geladen Jetzt Muss Ich Das Kurz Suchen Moment Durchsuchen Das Habe Ich Glaube Ich Hier Gespeichert Gehabt Oder Genau Das Hier Ist Enias Leer Karte Ihre Seltene Eigentlich Ich Gar Nicht Die Normale Gezeigt Ich Kluger Mensch Ganz Kurz Die Normale Ist Diese Hier Ja Ganz Nett Es War Lieber Auf Ersten Blick Als Die Ehemalige Leiterin Einer Handels Firma Okay Geschäftsreise In Gala Maastricht Vergegnete Und So Leuten Kurz Darauf Die Hochzeits Glocken Als Hausherrin Im Dojo Fallen Nicht Nur Hausputz Kochen Und Management In ihrer Aufgaben Bereich Sie Kümmert Sich Auch Um Das Seelische Wohl Der Schüler So Gilt Gilt Als Erfinderin Deiner Suppe Die Sie Aus Weidpilzen Zubereitete Um Kosten Zu Sparen Diese Verleitete Ihr Pokémon So Giga Deine Maximierung Und Nun Möchte In Ja Sie Weltweit Verkaufen Ihr Motto Lautet Gemeinsam Stark Okay Schön Also Hier Ist No Mal Die Seltene Karte Und Ich Suche No Mal Ganz Kurz Den Test Den Text Raus Der Aufsteht Moment Ich Muss Auf Bokel Wiki Gehen Das Ist Nicht Bokel Wiki Letzt Ist Die Ganzen Seiten Schön Offen Gehabt Ich Alles Sagen Können Aber Ich Habs Da Zeitlich Nicht mehr Schafft Wartet Ich Muss Es Kurz Suchen Hier Ursprünglich War Sie Kein Pokémon Trainer Nachdem Sie Einige Zeit Man Masse Verbrachte Versuchte Sie Da Alles Ja Versuchte Sich Daran Und Schon Bald Zeigte Sie Talent Vers Kämpfen Nicht Findige Schüler Munkellen Dass Die Masse Nichts Nachstehe Was Auch So Ist Doch Irgendwann Mit Vielen Starken Pokémon Doge Hat Auch Ihre Eigene Stärke Zugenommen So Dass Ihr Nun Sogar Mächtige Pokémon Wie Galakladi Gehorchen Nice Ok Ok Ja Ja Das Habe Ja Das Habe Ich Mir Auch Gerade Gedacht Ok Dann Beende Ich Jetzt Offiziell Hier Mit Das Projekt Und Möchte Ganz Kurzen Fazit Zum Spiel Geben Also Der DLC War Nett Ich Fand Die Story Ganz Okay Dass Wir Halt Hier In Dojo Ankommen Und Da Ein Bisschen Trainieren Konnten Quasi Aber Es War Irgendwie Ich Habe Mehr Erhofft Geben Dass Die Insel Spannender Ist Als Die Normale Naturzone Und Dass Man Da Echt Mehr Erkunden Kann Und So Sie Haben Sich Mühe Gegeben Dass Man Auch Die Insel Erkunden Möchte Durch Die Diktas Such Und Den Versteckten Einzel Kram Die Neuen Pokémon Ganz Nett Man Fangen Konnte Und Ja Also Allem In All Netter DLC Wenn Ich Auch Finde Ein Bisschen DLC Für 20 Euro Aber Mal Gucken Was Am Zweiten Die Auf uns Zukommen Wird Ich Würde Den DLC 7 Von 10 Punkten Geben Oder So Am Ende Des Tages Gut Damit Ist Das Projekt Vorbei Wie gesagt Vielleicht Kommt Noch Irgend Mal Ein Video Wo Ich Kurz Den Zweiten Kampf Gegen Inja Zeige Und Auch Noch Ihre Liga Karte Einsammel Keine Ahnung Warte Mal Item Vergessen Und Das Wurde Mir Erst Einige Wochen Nachdem Das Projekt Vorbei War Gesagt Und Das Möchte Ich Ganz Kurz Holen Also Möchte Ich Ganz Kurz Noch Hier Let's Play Holen Das Hat Nichts Mit DLc Zu Tun Aber Das Hat Mich Geworben Dass Ich Das Nicht Eingesammelt Habe Und Ich Wollte Zeit Nicht Off Screen Einsammeln Oder So Deswegen Wollen Mal Ganz Das Will Ich Ganz Kurz Noch Holen So War Nämlich Hier Ein Pass Back Das Möchte Ich Ganz Kurz Einmal Holen Das Habe Ich Vergessen Irgendwie Tschö Leute Auf Youtube Ja Schon Mal Tschüss Und Zwar Sammeln Da Unten Sind Noch Ein paar Dick Da Keine Ahnung Und So Kann Man Hier Runterspringen Das Habe Ich Immer Übersehen Und Das Wollte Ich Noch Im Let's Play Zeigen Aber Okay Das War Jetzt Wirklich Tschüss Leute Auf Youtube